Wir können ihn dringend gebrauchen. Einen Vorgeschmack auf den Sommer. Und den liefern uns die Stars frei Haus. Allen voran Kim Kardashian. Die zog es nämlich auf die griechische Insel Mykonos. Und dorthin lud sie natürlich auch die Fotografen ein. Grund für den Fototermin? Der wohlgerundete Babybauch des Reality-Stars, der im siebten Monat schwanger ist. Katy Perry planschte derweil auf den Bahamas. Ihr Bikini-Spaß im Wasser ließ die Herzen der anwesenden Männer höher schlagen. Victoria's Secret-Model Dozen Crös ließ sich von den Wellen am Strand von Miami kühlen. Mit dabei ihr Ehemann DJ Sonnery James. Hier ist auch ein Paparazzo bei seiner anstrengenden Arbeit zu sehen. Schön, wenn die Stars so fotogen sind. Wie man den Bikini-Körper für den Sommer in Form bringt. Das zeigte Miley Cyrus zuvor in Costa Rica. Sie machte ihre Yoga-Übungen gleich am Strand. Kein Wunder, dass die Sängerin und Schauspielerin so gut in Form ist wie schon lange nicht mehr. Da könnte eigentlich der Sommer auch hierzulande endlich kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.